Danke, dass du jetzt aufstehst, Leonie. Sehr korrekt von dir. Was geht, Digga? Alles fit bei euch. Schöne Aussicht. Wir sind jetzt irgendwie da hinten, ist bald gut Salz sehen. Ich hoffe, du willst mal einen Schwanz überbachten. Nö. Ja, und wir haben jetzt gefrühstückt und jetzt geht es bald zum Salz sehen. Und Luca klaut mir nicht die Kamera. Ich wollte auch auf dich filmen, du Nuttenborn. Das kann selber auf mich filmen. Ich führe, ich fick deine Mutter an. Hallihallo, mein Lieben. Hi. Hallihallo. Was soll dir mal kurz sagen? Also, Freddy ist mäßig kompetent, muss man sagen. Also, ich weiß nicht, der jetzt schon so zweimal hat. Außerdem kann er nicht richtig fahren. Wir müssen immer noch da lang. Ja. Huli, was sagst du dazu? Ich finde, stopp. Dann müssen wir uns weiter nach da lenken. Ja, ich glaube, die hat perfekt zusammen gefasst. Ein weiteres Spruch zum Abschluss. Wir fahren jetzt genau zwischen den Wochen durch. Redo, was war's? Ja, man hat die ganze Zeit so zu spiegeln. Ja, du leichten links. Was da ist? Klopapier. Genau. Tschüss. Richtig. 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 Wie sieht's aus? Ziggat. Ihr zockt. Und bei mir sieht's so aus. Und der Sportwagen glänzt. Sport Zigarette brennt. Gleich aber erst. Ja, so. Wir sind auch hier am Chillen. Wir sind auch hier am Chillen. Ich bin da segeln mit ein paar Leuten. Und gleich wird eine fette Keule gespogelt. Ja, aber so eine kleine. Vorspeise. Vorspeise. So, ein neuer Block. Halt kurz, halt kurz. Wichtig. Wichtig. Ich bin eine Keule. Ich geb das. Komm. Rein da. Hä? Hä? Den juckt's gar nicht. Bruder. Er hat nur Angst vor Gott. Ich war da so. Er hat nur Angst vor Gott, Digga. Hä? Er bewegt dich nicht so. Ich habe gerade nur ein fettes... Digga. Junge. So ein fette Kackwurst rausgedrückt. Ah. Scheiße, Junge. Scheiße. No chance. No chance. Mission fail. Alleweil kennt er gar nichts, Digga. Alleweil ob wir fassenden Nach Um nicht klatschen. Simon gepackt wird. Oh, endlich ist die Bekäung. H腿 recon entscheidet. Oh. Dd, unser Wieser hat einen dritten Clüh disaster. Ich lese. Zwei, zwei, eins, sendet! 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 Ey, ich will auch auf Instagram sein. Willst auch auf Instagram? Ja, komm auf! Dann müssen wir gleich auf Instagram sein! Okay! Okay! Ey, welcher müsst ihr? Er ist Leben, Dicke! Ah, Junge, das ist mein Mann! Kommt die nicht in die Achte! Oh, Junge! Bitte, kommt die nicht in die Achte! Ja, deine Schwester! Ja! Voll dabei gut! Schaffst du schon in die Achte kommen? Ja! Ja! Wir haben zwei Würstchen und ein Spießchen, wir haben drei Spießchen und ein Würstchen! Und Leichtchips! Chewabchichi mit drei Kartoffeln! Ja! Ja! Ich habe eine Art und eine Art und eine Art und eine Art. So, wir haben jetzt gegessen, ich habe abgespielt, Leonie bekommt ein Kind, und wir saufen, das ist gerade halb zwölf oder so, ich mache jetzt 10 Minuten Porn-App, weil ich dick hier bin, und ich halte heute noch mies abgehend, bin schon ordentlich besoffen, und das natürlich auch die ruhigen Punkte eines Kriegers auf Video halten, deswegen kurz Video, oh, gleich wird's attackiert, heute, Donnerstag, glaube ich, schon mal so vorletzter Tag, Digga, Zeit ist nie schnell vergangen, das macht so Bock, Junge, wirklich, beste Zeit, Digga, also der Vlog wird so krass, Junge, es wird einfach nur geistkrank. Who's the greatest of the weed smokers? We are on smoke weed! We are on smoke weed! We are on smoke weed! Riva, Riva, Vodka, Tequila, Riva, Riva, Latina, Chica, Riva, Riva, Kolobianisches, Riva, 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 Vodka, Tequila, Riva, Riva, Latina, Chica, Riva, 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 Kolobianisches, Riva, 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 Riva! Komm schon, komm, 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 komm.. Nicht ohne mein Tipp! Oh, oh mein Tipp! Untertitelung des ZDF für funk, 2017